Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen Tag. Apple ist wieder am Start und zwar in der nächsten Revue der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es dieses Mal um dieses kleine unscheinbare Kästchen. Aber wenn wir hier direkt mal hinschauen, dann sehen wir an der Stelle hier direkt mal die Ausschrift TechBean. Das hört sich ja schon mal ziemlich interessant an. Und wenn wir hier unten mal gucken, in der leicht silbernen Schrift sehen wir hier TechBean Laptop Cooler. Wir haben hier also eine kleine unscheinbare Kiste, wo ein Laptop Cooler verbaut drin ist, beziehungsweise wo ein Laptop Cooler drin sitzt. Der kann unter anderem sieben verschiedene Farben als Backlight ausgeben. Und was das Ganze so kann und wie das Ganze so aussieht, können wir uns hier an der Rückseite kurz nochmal ansehen. Hier kurz mit englischer Überschrift steht direkt drauf, wie das Gerät funktioniert. Wir können das Gerät einfach ansetzen an den Laptop und zwar an den Lüftungsschlitzen. Entweder seitlich oder hinten dran, je nachdem wo die Lüftungsschlitze des CPU-Kühlers und des GPU-Kühlers rauskommen. Und somit ist es möglich, seinen Laptop platzsparend etwas zu kühlen, beziehungsweise die Abluft etwas abzusaugen, also die warme Luft etwas abzusaugen. So hört es sich besser an. Ich habe mir das Teil eben gerade schon mal angeguckt, weil ich mir erstmal einen Überblick verschaffen wollte. Ich habe es auch schon mal kurz ausprobiert. Das Ganze wird geliefert mit einem USB-Kabel auf Rundstecker. Mit 5 Volt funktioniert das Gerät an der Stelle sehr gut. Das heißt, wir haben nur einen USB-Port, den wir belegen beim Computer, beziehungsweise auch an einer Powerbank funktioniert das auch. Da schauen wir uns das gleich mal an. Wir haben verschiedene Lüftungsaufsätze aus Gummi. Für verschiedene Lüftungsschlitzgrößen, beziehungsweise für verschiedene Laptops ist das geeignet. Ich lege die mal hier an der Stelle nebeneinander. Es gibt ja immer verschiedene Hersteller, die die Lüftungsschlitze entweder an der Seite oder hinten anbringen. Dann gibt es hier den Kühler. Der ist ein bisschen kleiner, wenn man das so sieht, als wenn man so einen normalen Tablet-Kühler nimmt, wo die Ventilatoren, ob zwei oder drei Stück oder vier Stück, im unteren Bereich verbaut sind. Somit also unter dem Laptop werkeln. Dieses Gerät funktioniert so, ich stecke es einfach an den Laptop dran und er saugt mir die warme Luft, wenn hier der Laptop dran steht, raus durch diesen Gummi-Ansatz. Also der verhindert, dass viel Nebenluft gezogen wird. Also hier durch die Schlitze, die man gerade nicht so richtig sieht. Hier sind auf jeden Fall die Schlitze drin. Da haben wir hier das Display und hier wird die warme Luft ausgepustet. Wie ein kleiner Ventilator funktioniert das Ganze. Bloß halt in umgekehrter Reihenfolge. Unten drunter haben wir noch ein Spider-Man-Zeichen. Das hat jetzt nichts mit Spider-Man an sich zu tun, sondern wahrscheinlich mit der Firma Tech Bean. Denn die hat ja hier vorne einen Löwenkopf drauf. Ja gut, wer weiß, warum das so ist. Einfach nur designtechnisch. Das ist hier so die Variante, die gibt es in blau, zumindest mit blauem Silikon. Den habe ich jetzt hier, wie gesagt, draufgepackt, weil ich gerade keinen Stativgriff bereit habe. Das habe ich nämlich einfach mal vergessen. So ist es auch mal. So, wir gucken uns das Ganze mal an. Mitgeliefert wird eine Anleitung. Und hier haben wir noch vier Pads. Ich denke mal, die können wir hier drunter kleben, damit das Ganze wahrscheinlich nicht rutscht. Obwohl ja hier schon so eine Anti-Rutsch-Füße drunter sind. Wie das Ganze funktioniert, werden wir uns dann anschauen. Von der Anleitung her, finde ich schon mal sehr gut, haben wir hier auch eine deutsche Anleitung mit bei. Das heißt, wir blättern einfach mal ein Stück weiter und sehen an der Stelle schon mal sehr gut, was aktuell Phase ist. Der Techbean Laptop-Kühler ist die beste Methode, um Ihren Laptop zu kühlen und Überhitzung zu vermeiden. Der Kühler nutzt drei Silikonhüllen, die für die meisten Laptops mit den Lüftungsschlitzen an den Seiten oder auf der Rückseite geeignet sind. Sie können den Lüfter in zwei Modi benutzen. Einmal die manuelle, einmal den manuellen Modus und einmal den Automatik-Modus. Und dann gibt es zudem noch ein cooles Feature und zwar haben wir hier eine Temperatursteuerung drin im Automatik-Modus. Sodass, wie jeder Laptop auch natürlich, wenn es heißer wird, schneller gedreht wird. Das kann dieses Ding auch. Das heißt, wir haben hier ein Temperaturmesser drin, also wie eine Art Fieberthermometer für den Laptop. Plus, dass wir noch nichts reinstecken, sondern nur was ranstecken. Und dann reagiert die Lüftung diesbezüglich auf die Reaktion. Ja, und jetzt an sich können wir das Ding ganz einfach starten. Wir haben jetzt hier an der Stelle oben den Plus- und Minus-Gleichstrom-Port. Das ist einfach hier einführen. Und dann brauchen wir einfach jetzt hier als Hilfsmittel nur eine Powerbank, damit wir das Ganze auch gut überprüfen können. Beim Laptop hatte ich es auch schon dran, weil mich das interessiert hat, wie ich jetzt hier die Temperatürüberwachung starten kann. Das geht sogar sehr gut. Hier starten die Powerbank. So, die läuft jetzt an. Leuchtet. Ist also da. Und dann drücken wir hier oben längere Zeit drauf. Und ruckzuck ist das Gerät angeschaltet. Ist jetzt gerade im Automatik-Modus von alleine. Das heißt, jetzt passiert nichts. Er dreht sich auch nicht. Hier steht zwar 10 Umdrehungen pro Sekunde, äh pro Minute. Das funktioniert aber nicht. Jetzt schaltet er runter auf 0. Und wenn ich hier den Modus wechsle auf manuell, läuft er langsam an. Minimale Temperatursteuerung. Wir gucken mal. Ist das hier. Das heißt, weiter runter geht es nicht. 1780 Umdrehungen die Minute. Hier hinten kommt ein kühler Luft so raus. Vorne wird die Luft angesaugt. Was passiert natürlich, wenn wir jetzt hier vorne dicht machen? Dann dreht sich der kleine Lüfter innen schneller, weil er keinen Luftwiderstand bewegen muss. Nehmen wir das Ganze wieder weg. Kommen wir hoch. Und halten wir hinten gegen. Dreht er sich natürlich auch schneller, weil der Luftwiderstand nicht austreten kann. Also klar. Bis 1800 Umdrehungen circa sind so die Normaleinstellungen. Dann können wir das Ganze hochdrücken. Gucken wir mal. Jetzt stellt er sich aus. Warum stellt er sich aus? Ich denke mal, weil der Stromverbrauch zu gering war und die Powerbank einfach von alleine sich ausgestellt hat. Das macht der USB-Port ja so an sich nicht. Deswegen müssen wir den einfach mal ein bisschen hochdrücken. Wir gehen mal hoch. Achso, wir müssen glaube ich gedrückt halten. Oder nicht? Ja, er powert sich schon hoch. Jetzt geht es langsam, genau. Man hört, er wird spürbar lauter. Das Ganze geht bis knapp 4000 Umdrehungen hoch. So, das ist die maximale Drehgeschwindigkeit. Jetzt haben wir hier so einen richtig kleinen Ventilator, der uns Frischluft zupusten kann. Und natürlich auch hier die Hitze ansaugt. So, kein Luftwiderstand. Knapp 4700 Umdrehungen die Minute. Und wenn wir das Ganze wieder loslassen, dann dreht er natürlich wieder mit Luft. Also der hat ordentlich einen Sog drauf. Das ist schon mal nicht schlecht. Kommt gut was raus. Wir haben aber noch ein nettes Gimmick dabei, was ich ziemlich lustig fände. Machen wir ein bisschen leiser hier. Kann man einzeln drauf drücken oder ich kann es auch gedrückt halten. Und dann fährt er wieder runter bis auf 1800 Umdrehungen. Circa, plus minus ein paar Prozent. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, LED-Beleuchtung anzustellen. Und zwar funktioniert das Ganze so. Ich kann durch mehrmaliges Drücken die LED einstellen, was sie für wachsen machen kann und welche Farben dabei rauskommen sollen. Also das ist schon mal eine ziemlich coole Sache. Auch mit dem roten Effekt hier. Ziemlich cool. Jetzt hat er sich wieder ausgestellt. Jetzt soll er von vorne anfangen. Sonst muss ich das Ding hier auf Hochtouren laufen lassen. Im Dunkeln sieht das generell besser aus. So, wir gucken mal ganz schnell. Tipp mal hier mal ein bisschen höher, dass der mal ein bisschen was zu tun hat. So. Bis zu rot bitte wieder. Rot hat er jetzt gerade rausgelassen. Grün, grün blinken. Blau, blau blinken atment, sag ich mal. Rot war doch eben auch noch da. So, jetzt ist rot weg. Wieso ist rot jetzt weg? Es gibt hier irgendwie so eine Einstellungen, dass man direkt den roten Modus oder den Farbwechsler-Modus so an sich sieht. Jetzt ist es blau. Mal gucken, ob jetzt danach rot kommt. Ne, das ist immer noch blau. Ja, da kommt langsam Lila durch. Es ist schwierig von der Farbwiedergabe. Das ist übrigens auch auf beiden Seiten ersichtlich. Also egal von welcher Seite ich das zeige. Rot und Rot ist auf jeden Fall immer dabei. So, jetzt ist er am Farbwechsler-Modus drin. Und was ich jetzt noch machen kann, als netten Bonus, wenn ich hier gedrückt halte, dann zeigt er mir die Temperatur an. Jetzt sind wir hier also bei 26 Grad. Hm. 26 Grad ist eine gute Sache, aber so viel haben wir hier eigentlich nicht drin. Wir pushen mal hoch. Mal sehen. Also grad genau funktioniert das hier bestimmt nicht. Ich denke mal, hier werden vielleicht 23, 24 Grad sein. Naja gut, er geht schon runter. Er pendelt runter. Gucken, was passiert, wenn ich den jetzt ein bisschen hochpusche. Und jetzt werden wir den nochmal schnellen lassen. Tja, funktioniert soweit ganz gut. Und wie das Ganze am Laptop aussieht, das gucken wir uns jetzt mal an. Bevor es zum Laptop geht, fällt mir gerade so ein, können wir uns ja nochmal die Details angucken. Eigentlich gibt es ja nicht viel zu sehen. Aber er hat wie gesagt 5 Volt, 2 Watt Leistung und wiegt 155 Gramm. Und hier dann nochmal die Zentimeterangabe der Produktgröße. Installation relativ einfach. Und er hat auch eine Speicherfunktion drin und die Anzeigemodi. Sie können die Temperatur oder die Drehung pro Minute anzeigen lassen. Und die Speicherfunktion, dieses Produkt verfügt über eine Speicherfunktion. Sie können den Kühler auch in den Fabrikzustand zurücksetzen. Wie das Ganze allerdings geht, wird uns hier nicht verraten. Und hier steht dann auch noch, Moment, Modi automatischer Modus. Der Kühler, es ist das Licht wieder im Wege, was ist da los? Der Kühler nutzt standardmäßig den Automatikmodus. Das Hintergrundlicht ist blau und der Ventilator befindet sich im Standby-Modus. Der Kühler erkennt nun automatisch die Temperatur der Laptop-Lüftung. Und hier oben steht es. Wenn diese 40 Grad übersteigt, beginnt sich der Ventilator mit 2300 Umdrehungen zu aktivieren. Je höher die Temperatur ist, umso schneller dreht sich der Ventilator. Die höchste Drehzahl wird bei 60 Grad erreicht. Manueller Modus geht natürlich einfach, indem ich einfach auf Plus oder Minus drücke. Und ich habe das mal so getestet. Wir haben jetzt eben gerade 26, 25 Grad angezeigt. Hier steht bei 40 Grad aktiviert er sich. Bei mir steht immer so drin 35, 36 Grad im Temperaturdisplay hier. Und bei dem CPU-Kühler bzw. über Speedfan habe ich beim Laptop intern 55, naja gut 50 Grad schwankend 47, 45. Dann mal wieder auf 50 Grad hoch im Normalmodus. Weil die Wärmeleitpaste halt nicht mehr die beste ist. Und der Laptop halt schon von 2011 ist. Diesbezüglich kommt dieses Ding jetzt mal ran und wir gucken uns das Ganze einfach mal an. So, folgendermaßen. Jetzt haben wir den Laptop hier direkt vor uns. Und jetzt müssen wir uns das Ganze mal anschauen. Die Lüftungsschlitze bei dem Samsung-Laptop sind hier vorne bzw. an der Seite. Das heißt, ich muss das Ganze jetzt hier an der Seite nur drunter schieben. So. Und bin dann bündig mit den Lüftungsschlitzen. Gucken wir uns das Ganze mal an. Lüftungsschlitze sind also nicht mehr zu sehen. Die sind ja sonst hier an der Seite. Gucken wir mal. Da sehen wir sie. Und das schieben wir jetzt hier also nur dran, das Gerät. Somit sind wir dabei und haben alles abgedichtet mit dem Gummi. Der Anschluss hier vorne ist ein bisschen verdeckt, aber den brauchen wir ja im Moment sowieso nicht. Deswegen nehmen wir jetzt hier den USB-Anschluss. Der USB-Anschluss geht hier direkt unten noch rein. Und dann zuppeln wir uns ein bisschen Energie raus, damit wir sehen, ob das Ganze dann auch funktioniert. Wir sind jetzt also direkt dabei. Gesteckt normaler Film läuft im Moment. Wir gucken mal ein Stück zurück. Dann können die hier in der Zeit noch ein bisschen quasseln. Dann gucken wir mal hier. Jetzt ist der eigentlich im Automatikmodus. Wir gehen mal direkt rein. Ich will mal wissen, was los ist. Die Temperatur steigt auch schon. Von 27 auf 28 Grad. Also das Ganze funktioniert gut. Und weil das Ganze so schön ist, gucken wir uns das nochmal über Speedfine zeitgleich an. Dann bin ich mal gespannt, bei welchen Temperaturen wir dann so landen. Wir sind jetzt, wie gesagt, bei 28 Grad weiterhin noch. 29 Grad. Temperatur steigt. Sehr, sehr praktisch. Gucken wir mal. Das ist geöffnet. Und das auch. Dann gehen wir mal direkt hier drauf. Und gucken hier nochmal. So, wir sind jetzt hier, wie ich angekündigt habe, zwischen 48 und 50 Grad. Jetzt wieder bei 46 Grad CPU-Temperatur. Keine schweren Aufgaben im Moment. Läuft nur der Chrome und der Firefox-Browser. Also einmal Amazon Video. Und einfach nur der andere Browser im Hintergrund. Keine große Arbeit für den Laptop. Ist also im Normbereich so laut Speedfan. Und wir gucken mal hier links runter. Wir haben gerade die 30 Grad erreicht. Also es wird spürbar wärmer. Und die Abluft wird halt hier hinten rausgesogen. Sprich also, hier unten sitzt der CPU-Kühler. Das Ganze wird hier rausgeblasen. Und an dem vorderen komplett ausgestoßen. Wir können das Ganze noch erhöhen. Die Geschwindigkeit. Wir gehen wieder auf den Umdrehungs-Pro-Minute-Modus. Wir sind jetzt bei 1760. Wir drehen einfach hoch. Jetzt. Genau, jetzt dreht er hoch. So, wir drehen das Ganze hoch. Bis auf 4200 Umdrehungen knapp. Gehen nochmal direkt drauf. Temperatur bei 30 Grad. Müsste leicht fallen wieder. Oder auch noch nicht. Hat er noch keine Lust zu. Und wenn wir jetzt hier drauf drücken einmal. Sind wir im Automatik-Modus. Und der Automatik-Modus macht halt ab 40 Grad. So wie das sagt. Wenn hier 40 Grad rauskommen. Merkt er das hier drin. Er zeigt mir dann hier aber 35 Grad an. Das hatte ich jetzt die letzte Zeit schon so. Und dann wird einfach auf 1700, 1800 Umdrehungen gestellt. Circa. Und er pustet von alleine die warme Luft effektiver raus. Auf 60 Grad habe ich den Laptop jetzt hier noch nicht gebracht. Ich gucke mal, ob ich das jetzt nochmal hier schnell hinkriege. So, ich habe jetzt einfach mal schnell Skyrim gestartet hier auf dem Laptop. Und ich bin mal gespannt. Jetzt müsste eigentlich schon direkt ein bisschen Action passieren. So, wir lassen mal den Lade... Oder den Ladestand laden. Na, ihr wisst schon was los ist. Auf jeden Fall lassen wir erstmal den letzten Spielstand laden. So um geht es. Und ich bin gespannt, was er mir hier gleich anzeigt. So, wir sind direkt jetzt mal im Game direkt drin. Ja, das passiert wieder mal wunderbar. Als wenn ich direkt sterben will hier. Was soll das? So, wir sind dabei. Wir müssen mal ganz kurz hören. Laptop läuft langsam an. So, ich flüchte gerade mal in der Zeit. So, dass hier mal ein bisschen Landschaft geladen werden kann. Ja, wir sehen auf jeden Fall was. So, Laptop läuft. Pustet. Und zwar pustet er jetzt gerade maximal die Temperatur raus. So, jetzt bin ich gespannt. Wir sehen die Temperatur hier an sich. Jetzt werde ich hier schon wieder attackiert. Was da los? So, und jetzt geht es los hier. Bei 35 Grad schaltet sich das Gerät also automatisch ein. Temperatur steigt trotzdem noch höher. Wir gehen mal direkt hier raus, dass wir hier sehen, wie viele Umdrehungen pro Minute wir haben. Je wärmer es wird, desto schneller wird das Gerät. Diese kleinen Schwankungen sind hier völlig normal. Deswegen einfach ignorieren, sage ich mal. Je nachdem, wie viel Luftzirkulation halt kommt. So, guck mal noch mal ganz kurz. Bei wie viel? 38 Grad. Jetzt wird es interessant. Wir sind immer noch bei 1700 Umdrehungen. Also ich denke mal, bei 40 Grad müsste der ein bisschen beschleunigen jetzt hier langsam mal. Es kommt auf jeden Fall gut warme Luft hier hinten raus. Ist schon mal nicht schlecht. Hier leuchtet weiter fleißig die LED. Kann man dann sich nicht meckern. Immer noch bei 1780. Und es wird richtig heiß hier hinten. Oh ja, es wird richtig warm. So, der Laptop kann also nur die Luft ausgeben. 41 Grad. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob wir auch den Automatikmodus drin haben. Hatten wir den Automatikmodus oder nicht? Ich glaube, jetzt haben wir den Automatikmodus. Das war manuell. Jetzt sind wir nämlich schon bei 1800. Zwar nur minimal mehr. Aber er pustet immer noch die Luft heiß hier hinten raus. Also da kannst du in der Kaffeetasse mit erwärmen. Kann ich direkt mal ranstellen. Wir gucken noch mal. Okay, wir schalten ihn einfach mal aus und starten direkt mal neu. Mal neu starten. Er ist im Automatikmodus. Das Spiel macht auch gerade Stand-by. Gucken wir uns den Krieger an der Stelle mal an. Sehr schön. Und wir sind trotzdem immer noch bei 1800 Umdrehungen. Aber minimal steigt es. Wir sind bei wie viel Grad? 44 Grad pustet er hier schon heiß raus. Und die ultimative Geschwindigkeit soll ja dann erst bei 60 Grad erreicht werden. Da machen wir einfach mal einen kurzen Break. So, interessant wird es jetzt langsam. Also er beschleunigt jetzt schon langsam auf 1920 Umdrehungen die Minute. Das geht schon mal gut voran. Denn wir sind im Moment bei... Ist das der Automatik? Jetzt haben wir die Automatik. Also hier kommt richtig heiße Luft raus. Um das Ganze mal zu überprüfen. Wir sind inzwischen bei 50 Grad. Also 50 Grad misst er jetzt schon die hier direkt rauskommen am Ausgang. Das ist schon eine ordentliche Summe. Auch wenn, wie gesagt, das Gerät nicht ganz genau ist. So 2-3 Grad Unterschied sind es vielleicht doch. Hier Skyrim läuft immer noch. Bin gerade ein bisschen hin und her gelaufen. Sodass man direkt mal sieht, was aktuell los ist. Aber hier, wir sind weiterhin bei 49 Grad. Und die Temperatur wird gut ausgeblasen. Knappe 2000 Umdrehungen. Hier hinten, wie gesagt, also klar. 50 Grad, wie viel ist das? Das ist schon ein guter Föhn. Hier hinten kann man schon gut seine Hand trocknen. Wie man das Ganze so möchte. Tolle Sache. Also an der Stelle funktioniert wirklich gut. Hier, mal gucken. Die Tastatur wird langsam hier. Es wird langsam alles warm. Hier im unteren Bereich, hier im oberen Bereich, überall kommt die Hitze langsam durch. Und jetzt haben wir tatsächlich die 2000 Umdrehungen erreicht. Und es wird immer schneller. Naja, klar. Ich meine, wir haben bald die 60 Grad. Dann sollte ja das Maximum erreicht sein. So, 50 Grad haben wir. Und jetzt machen wir einfach mal folgendes. Wir gehen mal direkt in den Modus und pumpen jetzt einfach mal die Wärme ab. Volle Power. 4.400 Umdrehungen. Und jetzt gucken wir uns die Temperatur dazu an. Ob es was bringt. Beziehungsweise, was heißt, ob es was bringt. Da kommt ja unsäglich viel Wärme nach. Der Laptop produziert die Grafikkarte. Arbeitet auf Hochglanz. Und jetzt, auch wenn das Ding hier schon ein bisschen älter ist, 48 Grad, das wird langsam weniger. Also die Temperatur hier hinten, ein richtiger Föhn, der hier rausgepumpt wird. Kann man wirklich nicht meckern. Wirklich eine gute Sache, dass man das Ganze hier mal so beobachten kann. Jetzt versuchen wir nochmal bei Speedfan reinzugucken. So, wir sind inzwischen bei 45 Grad angekommen. Das Ding leistet wirklich hervorragend seine Arbeit. Und wir gucken mal direkt hier. Und das CPU Throttling ist noch nicht direkt eingetreten. Also er taktet immer noch, obwohl es 2 mal 2,5 GHz sind mit Turbo Core beim i5 bis 3 GHz. Er taktet immer noch auf 3 GHz kurzzeitig mal hoch. Funktioniert also ohne Probleme. Und hier die aktuelle Temperatur. Spiel läuft natürlich noch im Hintergrund. Da unten. Und hier oben geht es direkt wieder los. Hier sehen wir natürlich keine große Veränderung. Die GPU, 56 Grad. Mal gucken, ob die noch einen Tacken runter geht. Habe ich eben gerade eher tatsächlich. Es funktioniert. 56, 55, 54. Und wir sind hier bei 40 Grad, die hier rausgeschossen kommen. Also ich will mal fast sagen, dass das einer der besten Laptop-Kühler im Moment ist. Weil der wirklich die Luft einfach durchs Gehäuse zieht. Das muss man mal sagen. Die anderen Laptop-Kühler, die unten drunter sitzen, pusten natürlich von unten nach oben hoch. Aber der zieht die heiße Luft direkt raus. Und jetzt ist es auch nicht mehr so unsäglich heiß, wie es eben gerade am Anfang war. 39 Grad, starkes Fieber hat der Laptop im Moment also noch. Aber wir gucken mal. Die GPU ist bei 52 Grad. Selbstverständlich läuft das Spiel nur im Hintergrund. Aber wie wir das Ganze hier so sehen, es funktioniert. Eine wirklich hervorragende Leistung. Auch bei den beiden Cores kann man das Ganze ideal einsehen. Wir sind jetzt schon auf 38 Grad, 37 Grad Körpertemperatur runtergekommen. Ja, perfekt. Also ich denke mal, das ist der Beweis, dass das sehr gut funktioniert. Hier oben, der Prozessor arbeitet zwar nicht mehr so viel im Hintergrund, das ist klar. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Jetzt hat sich der Bildschirm direkt abgedunkelt. Perfekt. 50 Grad haben wir also erreicht bei der GPU. Von 70 Grad glaube ich sind wir gefallen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das Ganze wieder gestartet kriegen. Dass es auch weiter läuft. Wir sind in dem Moment hier bei 36 Grad. Und bei immer noch bei sagenhaften 4500 Umdrehungen. Das ist echt nicht schlecht. Mal gucken, irgendwas. Das Spiel sagt gerade nichts mehr. Hat sich höchstwahrscheinlich jetzt aufgehangen. Weil ich gerade im Task Manager war. Aber auf jeden Fall die Temperatur fällt und fällt und fällt. Und es ist auf jeden Fall angenehm jetzt hier drauf zu fassen. Hier oben. Es ist auf jeden Fall spürbar weniger Wärme, die hier nach oben austritt. Also es wird richtig angesaugt. Perfekt. Kann ich nicht meckern. Will ich nicht meckern. Allerdings kommen wir hier nicht weiter. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Gut. Ich denke mal hier, letzter Blick hier drauf. 34 Grad. Das soll das letzte Wort dazu gewesen sein. Es funktioniert auf jeden Fall. Ein wirklich tolles Teil. Platzsparend. Und sogar mit LED-Lichtern. Ein bisschen was zum Rumspielen. Perfekte Sache auch zum Gaming-Laptop. Und für den Alltagsrechner auch nicht schlecht. Bis zur nächsten Review oder App-Review. Das Produkt ist selbstverständlich in der Infobeschreibung verlinkt. Bis dahin erstmal. Tschüss.